Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drani und ich halte euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary als Holy Paladin, das letzte der Woche. Kein kurz ein Glück, ich hab da null Bock drauf. So wo ist jetzt der Ink? Okay wo ist jetzt der Deck hier. So dann gehen wir am besten mal rein hier. Bory is done, Wings, das tun wir mal mit. Der kriegt eine Aufbau-Fahrung. Machen wir mal hier die Heilung. Doppeln mal. Eistern. Machen wir mal hier eine Heilung rausdrücken. Wow so schnell geht das gar nicht. Doppeln mal verdienen. Konten heilen, cool. So einer kriegt erstmal einen Stun. Die Heilung hier. Ist grad nicht ganz so einfach. So Wings sind wir da bereit. Wir gehen auf den Priest. Priest. Mal den heilen. Da ist der Paladin. Irgendein Ziel das hier. Jetzt hab ich den Inline gefressen. War abzusehen. Und jetzt mit Freedom hier raus. Und wir durch hier kommen. Nein das war's dann jetzt doch. Wir ging nicht. War wirklich nicht mehr machbar. Ah. Flamme wieder an. Flamme an. Oh natürlich über 400 Meter. Nee. Das war nicht machbar. Na komm. Feige Sau. Den töten wir aber hier. Teen Hunter Stun. Na ja. Schönen Heil. Na man Stun hier. Na hier. Die Spon. Freedom. Priest hier. Entstannen wir. Nein, ich kriege ihn nicht, Mist. So, jetzt. Nein, das ist der Rogue. Scheiße. Problem ist jetzt im Moment, dass wir halt nicht an die Flore gehen. Und er sollte eigentlich sterben. So, wir gehen an den Paladin hier. Das ist ein Down-Holy. Einfach dran sticken. Jetzt stunnen wir ihn und er sollte jetzt sterben, wenn er keine Bubble hat. Er hat eine Bubble. Kann man einen DK heilen. Ist der Rogue wieder? Das will ich einfach. Und da ist der Paladin. Rogue wieder. Na, kriege ihn nicht ins Target. Scheiße. Nicht aufgepasst. Zu sehr aufs Damage. Oh, nein. Zu sehr aufs Damage machen. Konzentriert. Okay, der ist tot. Chris hat's done. Dann haben die Wings wieder ab. Hier, gehen wir raus. Äh, gibt's ja nicht. Für den Holy. Das heißt, wir müssen das nehmen, was da ist. So, dann krieg's mal hier. Okay, ein Stun und ein Silence. Jetzt wird er sterben. Der Rogue ist der Nächste, der sterben wird. Der Roy als nächstes. So, und? Nicht meiner, schade. Komm, ich geb' dem auch wieder. Da ist der Palli wieder. Auf ihn. Da komm ich nicht raus. Mist. Ach Gott, er nervt nicht. Nervt nicht, hab ich gesagt. Mein Gott, der Dean Hunter ist unglaublich nervig. Ja, natürlich. Du kickst mich in allem. Spasti. Ist nicht mehr so gemacht. Ich hasse. Dean Hunter sind so eine dumme Klasse geworden. Okay, sie waren noch nie wirklich toll. Ne, ich würd sterben. Oder vielleicht doch nicht. Dann babbel ich jetzt. Ist mir jetzt auch egal. Okay, Wings sind wieder bereit. Jetzt können wir wenigstens etwas gegenheilen. Oh, ihr Paladin. Er ist tot. Oh, ey. Das war heftig. Cool. So, das ist lustig an der ganzen Aktion. Hier ist perfekt gewinnen. Hallo Paladin. Hallo Stun. Was dann der Paladin? Oh, da ist die Bubble. Okay, dann. Da war. Hier komm ich hinterher. Und, krieg ich's durch? Ja. Paladin. Freedom. Wings wieder. Wow, 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 wow. Wow, ey. Jetzt kommt so viele. Können wir uns entsprechend heilen da nehmen? Nö, was hat gereicht. Gut, okay. Da haben wir doch noch gewonnen. Das hätt ich echt nicht gedacht. Boah, was für eine Heilung. Und der Dämmel ist sogar nett. Na gut, okay. Dann einen schönen Sonntag. Schönen Tag, wie auch immer. Ja, ne? So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wieder sehen. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Wie buyers. Vielen Dank.